Auf eine neue gute Runde. Hoffen wir zumindest mal. Es geht eigentlich. Es war jetzt glaube ich auch noch mal die eine Runde, die wir ein bisschen auf die Fresse gekriegt haben, aber sonst ging es eigentlich. Rasiert, gegen den Strich. Nö, nö, mach mal. Du kannst ruhig rangehen. Du kannst das Ding selbst in die Hand nehmen. Ansonsten einfach... Ne, du hast Sukramadus, heißt du, ne? Sukramadus. Ansonsten meinen Kanal suchen, der heißt genauso, wenn wir mit der PSN-ID und dann in die Video-Beschreibung gucken. Ja, es ist... Sukramadus, Markus, du rückwärts. Dann bin ich eigentlich hier oben und nach hier. Achso. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Zehn Sekunden. Hm, da muss ich... Bis zum Einsatz. Bocci. Bocci, Mabuse. Pfff. Hm. Ja. Mhm. Verstecken wir eigentlich nichts. Argus bereits. Hm. Okay. Ist die Evolve. Oh, eine Drohne am Ende. Achtung, Explosion! Der Schafer ist nicht länger in deinem Besitz. Oh. Hell eingesetzt. Oh. 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 Nee. Bitte. Oh. 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 Schade. Das ist keine gute Idee. Einfach so. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Jawohl. Jawohl. Jetzt kommen wir das Zielbeck rum. Zehn Sekunden bis Einsatz. Einsatz in fünf Sekunden. Ja, dann. Probieren wir es nochmal. Mal. 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 gekillt wie enttäuschend nur noch fünf sekunden schützt eure bomben vor der entschärfung durch den gegner eine bombe wurde von den gegnern wechselmagazin was Pfff! Ähm! Kino! Magen! Ein Kämpfer des eigenen Trupps verbleibt. Kino! Letzter verbleibender Gegner! Pff! 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 Schade. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Hm. Der Farmer, Cem. Ist aber auch, glaube ich, gefühlt der Einzige von denen, der was kann. Dann sichern wir mal die Bomben. Ja, wo? So. So. Platziere eine Mine. Schreckmine aktiv. Die Hölle werden nicht rechnen. Sicherheitsabstand halten. Zugangssperre scharf gemacht. Abstand halten. Nur noch zehn Sekunden. Ich hoffe, sie mögen Überraschungen. Es bleiben fünf Sekunden. Schützt eure Bomben vor der Entschärfung durch den Gegner. Zugangssperre scharf gemacht. Schreckmine angebracht. Verstärkt. Geschwindiger Reise. Komplett aktiviert. die gegner haben eine ein gegner verbleibt monty ziel lokalisiert 10 der ist hier war hier er hat mich nicht auf dem schirm gehabt dass ich da sitze und dann hat sich weggedreht und dann vorbeigegangen wäre ich auch nicht hinterher aber die bomben weiter aufmachen hier oder so lassen ok nur noch zehn sekunden und Zugangssperre scharf gemacht. 5 Sekunden noch. Reiz scharf gemacht. Bombenstandort sicher. Zugangssperre angebracht. So haben Sie nur kommen. Stachelkopf verlegt. Viele Schritte von rechts. Zwei. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ich weiß doch noch was tun zu sein. Das ist doch einer. Sehr gut. Match gedreht. Das war jetzt mal gut zurückgekommen. 1 zu 2 hinten gelegen. Matchball und dann rasieren wir es nochmal zweimal. 2. 2. 2. 6. 3. 2. 3. 3. Untertitelung des ZDF, 2020